Willkommen zu Rocket League! Aus der Mongo-Stube sind wieder die zwei Spezialisten dabei und zwar Panther und Twixie! Was ist denn mit dir? Muss man dich etwa aus deinem Leid erlösen, Steffi? Eigentlich hätte ich ja gerne mit Ansage gemacht, aber ne? Bin ich immer noch der, der denkt, dass Erdbeeren blau sind? Ja, bei Twixie hätte ich dann eher gemäht so einer der besten überhaupt, vor denen sogar Spongebob Angst hat. Bei Kira wäre es dann natürlich noch ein bisschen anders gewesen. Die Frau, die im Tor steht und jeden Ball hält, auch wenn er schon vorbeigeflogen ist. Oh, hab ich! Gut! Du F*** geboren, blaues Kind. Aber weg sie wollte ich jetzt gerade sagen, aber Steffi! Aber weg sie, ey! Oh, schönes Ding! Nein! Deine Mutter! Oh! Ja, da bin ich auch nicht mehr richtig rangekommen. Ich wär auch nicht rangekommen, so ist es nicht. Exxan macht erstmal so einen schönen langsamen Saldo. Oh! Holy! Oh, nice! Abgewehrt! Der Block! Oh nein! Und das Tor! Nein, 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 nein! Und das Tor auf der Gegenseite! Aber... Ich konnte bloß Doppelsprung machen, ging nie anders. Oh! Oh! Nein! Der wär... Der wär episch gewesen. Da hat... Da hat mein Scheiß nicht funktioniert. Wenn wir alle drei am selben Ball langfahren, ist das doch keine gute Idee. Ja, ich bin schon im Tor. Nur zur Sicherheit. Aber ich glaube, ich bin nur effektiv im Tor, wenn ich irgendwo von der Seite auf jemanden gefahren komme. Und dann immer den Ball knapp halten tue. Shit! Jetzt hat Panther das... Jetzt hat Panther das Tor gekriegt. Ah, so ne Unverschämtheit, ne? Ja. Na, ich hätt's gekriegt. Dann schick sie mich jetzt nicht gerammt, Retter. Ja. Bisschen Gerechtigkeit. Ja. Herein. Bill, wir nehmen grad auf, dann kannst du ja mit deinen Eltern schmatschen. Mami, was gibt's essen? Haha. Es gibt ganz, ganz dünne Suppe. Oh, nice. Danke. Kein Ding. Und durch, Batsch. Durch die Beine. Jawoll. So, Entschuldigung. Mit Auge. Oh. 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 Der war wahrscheinlich sehr knapp. Oh. 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 Ja, ich spiel's mal. Oh. Oh. Der war scheiße. Schade. Da kam ich nicht mehr ran. Ah, was mach ich denn? Ah. Ha. Das sah ein bisschen ruhig aus. Ja, ich war doch bisschen zu weit weg. Ich wollte eigentlich so schräg rüber und dann... Ah, na gut. Oh. Den habt er. Nice, Phil. Ja. Nein! Nicht erwartet, dass der den... Oh. Nachrichtsflachtspiel. Oh. Hörerschluss. Den geht. Oh, warum hab ich denn... Der wär doch so rein, oder? Ne. Oh, ne. Warum hab ich wieder Doppelsprung gedrückt? Kann mir das mal einer klären? Du hast zu viel mit Kira gespielt. Ja. Ich hab... Ne, nicht nur das. Wahrscheinlich. Irgendwie hab ich mich an diesem Fahrrad... Hast du denn auch mit Kira angestellt? Was würdest du sagen? Das verrate ich nicht. Ist da deine Freundin aber nicht irgendwie dagegen. Das erfährt sie ja nicht. Sie guckt ja meine Videos nicht. Grüß... Oh, genau. Das guckt sie an. Ist aber ne doofe Freundin dann, wenn sie deine Videos nicht anguckt, also... Ja. Aber was er sich angeguckt hatte, ist heute das Video, was rauskam. Von Blade and Soul. Oh. Ähnlich nicht. Ja, das ist ganz neu. Brand neu. Brand neu. Jetzt bei Wechseln. Jetzt bei Wechseln auf dem Channel. Ja, das Spiel kam jetzt vor einem Vierteljahr erst raus. Ist ja nicht brand neu. Ja, komm. Langweilig. Ist ein Online-Rollenspiel. Du meinst auch die Folge, du Kacknappen. Ja, genau. Die Folge. Ja, genau. Und das Spiel ist vor einem Vierteljahr rausgekommen. Was? 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 Oh, Mann. Oh, Mann. Ich häng hier wieder an der Wand wie so ne Spinne. Wie ne retarded Spinne. Wechseln. Wechseln. Ja, toll. Du musst dir schon eher was sagen. Wechseln. Jetzt nicht mehr. Ich bin nämlich gerade... Ich hab einen Arsch. Hier. Zack. Kann ich jetzt auch nichts mehr tun. Doch. Not to stay is it. Oh lol. Natürlich. Na gut. Okay, ich bin auch noch angekommen. Warum auch immer. Nice. Wunderbar. Ich bin regelrecht begeistert. Ui, 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 ui. Blup. Mann, warum kommen denn die Bälle jedes Mal so schwul hier? Ach. Rrrr. Die spinnen so richtig gay. Das hat was von... Panda. Was? Waaaah. Damn. Schatz, feiert Mama. Jetzt... Jetzt fühlt es mich beleid. Jetzt muss ich erst mal... Ne, doch nicht. Oh. Ey. Wofür? Mach den doch mal rein, ey. Ich kann... Ich kann hier... Fettes Kind. Scheiße. ich kann hier nichts machen ich bin die ganze Zeit nur durch die Gegend gegeigt geht es ja genauso wie mir du hast wenigstens mehr gemacht wie ich das ist irgendwie einartig finde ich dass ich nur durch die Gegend fahre kommt ja nichts zustande bei mir momentan bin ich heute ist Montag aber momentan ist eh ziemlich gay bei mir ich weiß nicht zur Zeit spiele ich totalen Dreck zusammen die Phase hatte ich auch es geht vorbei Phase Phase Kohle Phase Kabel normalerweise spiele ich ja immer mit Musik aber hier kannst du das ja nicht machen WLAN Kabel den musst du schon machen wie denn ja wenn ich dich extra booste oh schade das war geplant ach so BAM juhu voll in seine Eilen ja WANI kommt her meine Eilen und der Ball kommt das tut weh auch nice jetzt oh was ich wollte ich wollte gerade ich wollte gerade meinen meinen Siegeslufttanz machen und da auf immer holt der den ach ihr kotzt mich an ihr kleinen Scheißkinder falsche Richtung und ich komme auch nicht ran Phil hol den NEIN ja was denn ich hab dich überhaupt nicht outplayed da war gar nichts Phil du ich dachte halt wirkst dann kriegt den du wusstest nicht mal dass der Typ hinter mir steht ich hab auch gedacht ich krieg den sowas nicht ich hab ihn gekriegt ich hab ihn gekriegt ist doch alles KG da rein der war knapp äh guter Pass was für eine Parade so wie war das mit du schaffst mehr als ich naja ey das war jetzt mal ein Ausnahmenpunkt das geht eh nicht nice oh der kommt geil der kommt geil der war aber sogar cool gemacht wollte mal Freestylen machen ja man sieht's nicht mal weil Steffi da zwischen ist ja ich hab's ein bisschen gesehen ich bin geil ich bin geil was bist du ich bin Stefan wenn du geil bist dann such dir jemand Mann vielleicht kannst du mal weg sonst wollen den ausleihen oh ganz dünnes Pflaster boah da blutet sogar durch oder oder vielleicht stellt sich Kira mal beweis nein ich glaube das ist noch ein dünneres Pflaster ach schade bei mir ja Achtung geil Phil bitte einmal klatschen Zuschauer hier von Phil's Nubigkeit jetzt in die Kommentare schreiben ob ihr geklatscht habt sonst klatscht ja fahr dein Bein du bist der kommt den musst du schon mal haben du hast du abgewehrt was willst du denn außerdem kriegst du Punkte dafür als Meister muss man den schon mal haben ja und wieder Punkte zack und Konter Konter Abbaubein nein easy block treffen sie eh nicht sag ich ja ich sollt Hellseher werden ich sollt Hellseher werden von Beruf gibt's das äh Beruf ne Beruf mäßig hab ich ja schon gesagt ich geh nach Dubai und werd scheich ach so ja das ist natürlich ein geiler Beruf geht der? ne ne oh der vielleicht ich hab den abgewährt was willst du ja und dann auf unser Tor ich konnte bloß rückwärts fahren was anderes konnte ich nicht muss man vielleicht mal den Vorwärtsgang reinhauen Flugzeug was? Flugzeug? ja über deinen Kopf ich bin so groß ne weiße verkackt und ich fliege 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 aber es ist immer noch kein Flugzeugfilm heute ist fast dasselbe ein Flieger und ein Flugzeug ist mein heute ist so ein schöner Tag mhm genau ein Flieger ist was kleines ein Flugzeug ist was dickes also du hör Spaß olle okay los Minute noch machen wir noch drei Tore oh jetzt nudeln wir die ah shit oh warte warte ja ja ah shit geiler Pass ja danke nice dann mach den sogar wohin wohin äh auf unser eigenes Tor ziehst du runter hier ist was los nice ich muss essen gehen was muss ja warte dann mach ich den mal schnell oh naja das hätt sie eher sagen müssen ging mit eher klar ging das eher jetzt muss man auch noch nachschwählen boah komm geht euch vergraben Deine Familie kann schon mal warten Steffi nein das riecht voll geil real life interessiert nicht bei mir gibt's heute Lasagne bei mir nicht, bei mir gibt's irgendwas mit Fleisch Lasagne ist auch mit Fleisch es gibt Fleischpflanzerl mit Bratkartoffeln was soll das denn bitte sein Fleischküchler naja also Buletten nennt man das bei uns ja so ungefähr boah Phil der war so schlecht der Pass Steffi real life interessiert nicht das ist ne Krankheit schenk mal einen Link das hab ich mal rausgesucht bei Wikipedia und hab dann nice guter Pass von der Leafs da müssen wir wohl noch alleine weitermachen so ist auch das Video naja ist kein Problem muss ich halt aus ner Aufnahme auf aufgeräten genau austreten austreten dann gehe mal austreten bin ich na dann auf viel Spaß juhu danke büssi ohja das war das TRS so ich lass mal Rocket Labs drin oder ja wir können ja mal wir können ja mal nur Rocket Labs machen oh nee oh nee warum nicht ja weil zwei von den drei Maps in Rocket Labs scheiße sind ich find bloß eine Scheiße das sind grad die Kreiswert korrekt grad andersrum wie bei mir ja du magst die anderen werden besser ne Kreiswert mag ich nur verstehe ich was du mit den Doppeltoren hast das ist halt der Winkel von den Toren ich find die Doppeltore ne die Doppeltore find ich gut naja jedem das Seine jedem das Seine so äh theoretisch kenn ich mich auch mal wieder umfermen umfermen nee das geht nicht doch das geht alles ich mein ich muss ja immer schön giftig aussehen meint das Dinger weil ich ja gefährlich bin du bist auch so gerne mal giftig krass was was das hat er jetzt nicht gesagt darf er das darf er das wieso nicht darf ich das äh ab und zu schon ja wie war es gewesen der Schwarze hat dann kein Humor ja ne wie schlägt dieser scheiß Pixel da hinten immer noch am rechten Kotflügel genau ja das ist bei mir auch das sieht so schwul aus schwul schwul das hat er jetzt nicht gesagt darf er das darf er das oh Gott jetzt passt die Krone aber nicht mehr dazu ich muss mal wegnehmen das blau gefällt mir aber irgendwie gefällt mir das rot nicht das dauert aber wieder lange hier ja ich habe ihn aus dem weg geräumt ja ich glaube ich krieg sogar ein assist Laktor nö hui fliegendes Batmobil ach Samara war der war die KI die da komisch gegangen hat na dann Samara Samara was war das denn ich wollte von dem Boost nein der Ball kommt er kommt und geht rein fuck Nashi Nashi irgendwoher kenne ich das Nashi 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 gibt auch eine YouTuberin die heißt Nashi das ist ein pinkes Auto von dem her würde ich mal behaupten das könnte sie vielleicht sein naja wer wäre es oh lol ok kennen sie leider nicht mit weiblichen YouTubern bin ich nicht so auf der Stange schönes Ding an der Stange tut mir leid das wäre jetzt gerade eingefallen na wechselt mir schon wieder alles hin ne 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 aber manche machen auch an der Stange eine gute Figur echt ich denke doch ist das so ist ja nicht oh god wenn das meine Freundin hat naja alles aus Erfahrung hör mir auf ich weiß noch beim Bund da mussten wir weil wir gerade neu waren hieß es hast du ein Auto oder hast du keins natürlich bin ich so blöd und antworte ja natürlich habe ich eins und da durftest du erst mal wenn du wenn du Pech gehabt hattest durftest du die ganzen Typen da in der Tschechei erst mal vorn hoi ja auch glaube ich so auch nicht ne ja nein du Drecksack der Tschechei ist dort oben ja wieder ins Schweiz tanken und zum was weiß ich nicht noch kaufen obwohl jetzt lohnt es sich ja nicht mehr oh shit ich habe den Ball nicht gesehen der wurde mir noch nicht mal so angezeigt hier ich bin gerade echt nutzlos tut mir leid und dir gefällt die Kreismap ist klar jetzt bin ich wieder mehr im Redemodus Talk-Talk-Show-Modus Talk-Talk Modern Talking natürlich geht der wieder auf uns und der geht rein so ein Bullshit ich sag ja Rocket Labs ist doof die Kreismap ist doof man nö du und dein ja ja du und dein Kreismap ich mag Kreise weil Kreise aussehen wie Kekse jetzt habe ich dem Typen den Bus geklaut oh der hat das mit verlassen oh boah Bullshit alter ja den hat er dann natürlich nein fuck verkackt oh noch nicht jetzt aber jetzt aber jetzt aber doch noch nicht oh god ist das verlassen obwohl er grad 5-3 gewinnt ist das aufregend hier wechseln wir mit oh shit alles muss man selber machen ja dazu spielt es ja auch mit mir oh ist nicht euer ernst cool boah nein warum kommt denn der so pornohaft 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 da kommt der schon porno ich würde ja wieder sagen gay aber das wäre ja beleidigend für den Ball oh man ey ich hasse die Kreismap hätten wir nicht das hätten wir nicht das Doppeltor kriegen können also ey echt man hätten wir nicht normale Maps spielen können hätten wir auch wieso tun wir es dann nicht ich wollte auch mal Rocket Labs haben achso ja das ist natürlich doof ho 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 und der geht doch noch nicht war ja nicht so negativ streng nicht mal an ja wie denn oh Gott ich komme gerade einfach an nix ran ja gut der ist drin well gg ja gg wird der Kira auch auf Eiersuche sein hä hä im Ski-Uvalo auf Eiersuche ha 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 so ah fuck ey wir lästern hier über Kira die würde nicht mehr mit uns spielen wollen ah die gucke noch deine Videos eh nicht ja zum Glück was no luck heute ne nicht so wirklich ja ok wir hatten noch nicht Glück oder zu sagen ne wir müssen uns immer alles hart erarbeiten naja naja diesmal war es denke ich mal nicht so glorreich wie sonst wolle ich noch ein Match weiß gar nicht ne das waren schon die drei jetzt naja na dann ich hätte ja noch gerne noch eins gemacht aber es sei denn wir nehmen nochmal neu auf ne 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 hast recht gut ja wir verabschieden uns dann hier und wünschen euch noch einen angenehmen Restsonntag und eine hohe Woche haut rein ciao hasta la vista